... Parkour ist freigegeben für Roland Heiss auf Zidane. Parkour ist freigegeben für Roland Heiss auf Zidane. Parkour ist freigegeben für Roland Heiss. 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 He soñado, que son los mejores Que son los mejores Amores lejanos También son amores Amores lejanos También son amores Detrás de Santa Pia Igual me ubicero Y está mi alegría Y yo me muero, me muero por la vecinita mía Campana, campana, me suenan la amarga Me suenan la amarga, campana, campana Me suenan la amarga, campana, campana Me suenan la amarga, campana, campana Mi amor soñado, con otros en casa Hoy me han soñado, con otros en casa Y en la desatapia, y pa' que ubicaré Y yo me muero, me muero por la vecinita mía Roland Heiß auf Zidane Ein schöner Ritt und die Extra wollte vor dem Hindernis Nummer 8, vor den Säulen Lieber Roland, hast du das Hindernis ja noch gefunden Prima So, letzter Starter, Spaß muss sein, ne, manchmal Letzter Starter vor unserer kurzen Pause ist Stefan Schneider auf Xenoka Ein 11-jähriger Lusitano Wallach Ein 11-jähriger Lusitano Wallach So, la Hölle Säulen, morren Lusitano Wallach Okay, weißt du, da warra? So, es sem em?